Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt damit ich nicht jedes Telefon extra aufschreiben müsse ich verstehen. Ist das möglich? Ja. Aha, ja. Also ja, ja doch. Sehr gerne, Frau Lennie. Danke vielmals, Frau Lennie. Ja, hallo. Ja, da ist Kunz. Kunz in Bünzen. Ich bin hier im Haus von Freunden für ein paar Tage. Und wie bitte? Bei Klaus. Ja, und ich hätte gerne gefragt, ob ich für die Zeit, in der ich hier bin, könnte ich eine eigene Telefonrechnung bekommen, weil ich ziemlich... Wie? Nein, noch vorübergehend. Aha. Also ja, ja. Gerne. Merci vielmals, Frau Lennie. Ja, grüezi, da ist Kunz. Momentan in Bünzen. Ich bin hier im Haus von Freunden, die hier ein Haus haben und wo ich gerne gefragt hätte, ob ich für die Zeit könnte... Wie? Wie bitte? Jawohl, es handelt sich um einen Auftrag. Quasi. In dem haben wir eben ziemlich viel auswärts... ...deli... Aha. Aha, so, ja, ja, ja. Dankeschön. Ja, du ist Kunz, bitte, im Haus von Freunden. Und äh, ich bin hier im Haus von Freunden und hätte gerne eine eigene Rechnung gehabt. Für die nächste... Wie? Ferienhalber. Jawohl, ja. Und weil ich eben ziemlich viel auswärts deli... Bei Klaus. Ja. Und weil ich... Bei Klaus. Klaus. Nein. Klaus. K wie Knopfloch. L wie Laus. Klaus. Richtig, jawohl. In Bünzen. Achso. Ah, ist das, ja, ja. Ja, verstanden. Dankeschön für die... Merci. Ähm. Hallo, ja, du ist Klaus im Moment in Bünzen vorübergehend. Ich bin da bis Klaus... Äh. Kunz ist da. Entschuldigung. Kunz. Ich bin da bis Klaus, ferienhalber vorübergehend in den Ferien und ich sollte... Das heisst, es handelt sich um eine Rechnung, wo ich... Wie bitte? Im Haus von Freunden. Äh, von Klaus. Klaus. Äh. K wie Knopfloch. L wie Laus. Äh. Jawohl, ja. Und ich... In Bünzen. Äh. Kunz. Ah. Ah. Also, ja, ja. Ja. Merci vielmal. Hallo, hallo, ja. Ja, du sind das Bünzen in Kuenzen. Äh, äh, Kuenzen in, äh, Bünzen, bitte. Und, äh, Sie sollten mir gerne eine Rechnung schicken für einen Aufenthalt. Wo ich da im Haus von Klaus, wo du ferienhalber Haus haben bei Kuenzen, äh, äh, Bünzen, äh, äh, mache. Was? Ferienauftragsdienst. Können Sie nicht das... Seien Sie so gut, dankeschön. Hallo, hallo, ja, du sind das Klaus, Klaus. K wie Knopfloch, ja. Ich sollte bitte... Wie Knopfloch, ja. Ich sollte in Bünzen. Ja, ich sollte bitte Knopfloch haben, eine Rechnung haben für die Ferien. Was? Nein, nein, im Haus für das Bünzen. Nein, für das Klaus. Klaus, Klaus bei Boswil, bitte. Aha. Also, merci. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, ja, bitte. Du hast Klaus bei Boswil. Nein, bei Kuenzen. Bei Kuenzen. Sind wir da Kuenzen? Kuenzen ist da oder Kuenzen? Persönlich. Ferienhalber vorübergehend, bitte, Fräulein. Können Sie mir bitte eine Ferienrechnung schicken? Der Telefonrechnung schicken? Was? Was? Nein, nein, Bünzen. Kuenzen. Wie Knopfloch. Jawohl. Ich sollte bitte eine Rechnung bestellen. Hallo, was? Im Knopfloch von Klause. Vos Haus. Im Haus für das Bünzen. Jawohl. Können Sie mir bitte ein Haus schicken? Klaus schicken? Mit einer Rechnung? Hallo, Fräulein. Sie verstehen mich missen. Es handelt sich um das Knopfloch bei Bünzen. Bei Laus. Um Klaus bis Kuenzen. Um das Telefon im Knopfloch. Hallo, Fräulein. Hallo, Hallo. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020